Guten Morgen, guten Tag, guten Abend ihr Lieben, wann auch immer ihr das Video schaut. Willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Das Wetter draußen wird schon richtig frühlingshaft und deshalb zieht es uns natürlich ab in den Garten. Und ja, der Lieblingspapa hat einiges zu tun, weil der nämlich seinen Garten die letzten drei Jahre, während wir hier saniert haben, so ein bisschen verwildern hat lassen. Und jetzt will er da mal ein bisschen aufräumen. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen was zu tun, also viel Spaß mit dem Video. Ja, nachdem ich ja letzte Woche in meinem Vorgarten mal so richtig schön Kahlschlag gemacht habe und dann alles neu bepflanzt und so weiter, geht es heute hier im Hof ein bisschen weiter. Aber erstmal zeige ich euch, wie der Vorgarten sich so entwickelt hat in der letzten Woche. Und dann machen wir uns ans Beet zwischen der Waschküche und der Werkstatt. Da ist ja noch ein bisschen was zu machen, ne? So, dann schauen wir mal hier im Vorgarten. Die Pflänzchen sind ja alle noch relativ klein, außer die, die Jutta mir vorbeigebracht hat. Glücklicherweise haben wir es jetzt alle überlebt, außer eine. Diese komische Freiland-Gloxinie oder so. Da war ja nur ein einziges Blatt. Das ist jetzt weg. Ich vermute, das war eine Schnecke. Ja, kann man nichts machen. Ist halt so. Ich warte jetzt mal drauf, dass die Temperaturen konstant über 20 Grad sind. Dann soll das nämlich angeblich fleißig vor sich hin wachsen. Also, drückt die Daumen. Wird ja jetzt erstmal nochmal ein bisschen kälter. Laut Jutta sind das vielleicht jetzt sogar schon die Eisheiligen, was ja ganz cool wäre. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie es danach hoffentlich so richtig explodiert und da so ein richtig schöner Blütengarten vorm Haus entsteht. So, nachdem ich ja jetzt den Vorgarten gemacht habe, ist jetzt noch ein Beet, was auf jeden Fall dran ist. Und zwar das zwischen der Waschküche und der Werkstatt. Wenn man hier, ich habe mir jetzt hier schon ein bisschen Loppenfolie zurechtgelegt. Und jetzt wird das gemacht hier. Ich habe nämlich noch ein paar Pflanzen, die da rein sollen. Und heute ist richtig schönes Wetter. Deshalb an die Arbeit. ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Hunde helfen natürlich auch mit. Super motivierend liegen die hier einfach rum und chillen. So, natürlich ging die Kamera aus und ich hab's nicht mitgekriegt. Naja, ist jetzt alles fertig. Hier steht eine kleine Notensie, die jetzt auch schon ein bisschen austrägt. Und da hab ich Dahlien und da auch. Ich weiß, es ist noch ein bisschen früh, aber ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass es nicht mehr ganz so kalt wird. Ähm, und außerdem ist das ja da an der Mauer und so, ja. Also, wird schon passen. Und dazwischen hab ich noch irgendwelche Zwiebeln, wo ich jetzt nicht mehr mich erinnere. Ich hab die Zettel schon weggeschmissen. Da sind auf jeden Fall Anemonen und dann sind auch irgendwelche, die hab ich im Supermarkt reduziert, ähm, mir unter den Nagel gerissen. Und hier ist jetzt da rein gehauen. So soll dann schön so alles so blühen, ne? Ist ja farbig und her. Naja, so sieht's jetzt aus. Und dann schauen wir mal, wie das denn in ein paar Wochen aussieht. Drückt die Daumen, dass alles gut wächst. Hallo liebe Freunde. Heute wieder als Kleingärtner eigene Scholle unterwegs. Wir haben ein bisschen unseren Garten frühlingsfit gemacht oder frühlingsschön gemacht. Das hab ich irgendwie vergessen zu filmen, aber ich zeig euch mal, was wir gemacht haben. Da kommt erstmal die Bauaufsicht. Du hast einen Hut auf? Ja, ich hab einen Hut auf. Ich hab immer einen Hut auf. Und jetzt Kartoffeln einpflanzen? Ja, jetzt will ich aber erstmal unseren Freunden hier nochmal zeigen, was ich in den letzten zwei Tagen, drei Tagen gemacht habe. Ja, jetzt wo's fertig ist. Ohne Kamera. Ohne Kamera. Neulich hatte ich ja schon gezeigt, wie das da hinten überall aussah. Alles war ja so verwildert. Ja. Jetzt zeig ich mal, was wir gemacht haben. Und dann zeigen wir nachher im Sommer, wenn das alles blüht. Genau, wenn es blüht. Wenn es blüht. Na Jodi, wie geht's dir? Ha, alter Mann? Unser Jodi ist heute krank, ein bisschen. Aber mit 16 kann man auch noch einen schlechten Tag haben, oder? 16 Jahre alt. Naja. 16 Jahre und Diabetiker. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Na dann, dann lass uns mal gucken. Dann gucken wir mal. Warte. Wir haben hier verschiedene Samen- und Zwiebelmischungen gekauft. Ich möchte gerne mal so eine richtige bunte Sommerblume haben, wie das auf den Bildern hier ist. Bin mal gespannt, ob das klappt. Wir halten euch auf jeden Fall mal auf dem Laufenden. Hier sind noch ein Haufen Zwiebeln. Die haben wir bei Baldua gekauft. Keine Werbung, selbst bezahlt. Und das haben wir jetzt mal überall verteilt. Die Zwiebeln muss ich noch verteilen. Also ein Teil der Zwiebeln. Das waren irgendwie 100 Zwiebeln. Ein Teil habe ich schon drin und einen Teil verteilen wir noch. Wir gehen mal los. So, nun erzähl mal was hier. Was soll ich denn erzählen? Na, was du hier gemacht hast. Was ist das? Das ist so eine Konifere. Nee, Quatsch. Das ist eine Hortensie. Eine Hortenne, Bauernhortensie. Nee, eine Bauernhortensie ist es nicht. Na, dann ist es eine Hortensie. Die Bauernhortensien, die sind da hinten. Die wird so groß, wie die Bauaufsicht ist. Die wird ein Riesenbusch. Ist der Donne zurückgeschnitten? Ja, muss man ja, oder? Ja, die muss man schön zurückschneiden. Dann blüht die immer so schön, wenn du die schön zurückschneidest. Ja, und die wird riesig. Ja. So, was machst du jetzt da? Ich denke, du willst den Leuten deinen Garten zeigen. Ist doch nicht mein Garten, das hat meine. Ist doch nicht mein Garten. Ich bin eine Baustelle. Hast du hier vorne Wasser gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Ich wollte hier anfangen. Das ist der Anfang. Ah. Gucke. Okay. Wir haben hier, war ein riesiger Winterjasmin. Der hat schon bis hier vorne, überall hat der schon ausgetrieben. Bis hier. Hier war alles voll. Der war auch nicht mehr schön, weil der so verholzt war. Den haben wir jetzt ganz weit zurückgeschnitten. In der Hoffnung, dass er sich erholt. Mal sehen. Und wenn nicht, haben wir Pech. Und wenn nicht, kommen neuer rein. So, dafür haben wir jetzt so eine alte Waschmaschine. Die stand im Stall. Und das Waschbecken da, das hatten wir schon vorher dran. Das hat man bloß nicht mehr gesehen, weil es eingewachsen war. Ja. Und die Waschmaschine, die wird jetzt bepflanzt, so als Hochbeet. Mit dem Bottich, was du gesagt hast, hat geklappt. Ja, das ist ja so ein Maurerkübel. Hat gut geklappt. Hat wunderbar. Hast du eine gute Idee gehabt. Schön, dass ich auch mal eine gute Idee habe. So, dann gehen wir hier weiter. Und unsere Pergola, die war schon halb zusammengebrochen, weil die vom Sturm mal weggeknickt war und da so ein Riesenbusch dran war. Hier haben wir die erste Blumenmischung gemacht. Hast du die schon reingebracht? Habe ich schon reingebracht, ja. Bin ich mal gespannt, wenn das hier alles schön bunt blüht und ganz üppig wird. Das wird bestimmt schön. Ja, okay. Hier ist unser alter Handwagen, der hat seine besten Zeiten hinter sich. Fahren tut er, glaube ich, nicht mehr. Aber wir haben schon einen anderen. Diesen Sommer muss er dann noch stehen und dann kommt er weg. Oh, guck mal, das war hübsch hier, oder? Was ist das? Das ist alles mit solchen anderen. Viel zu eng. Ist doch nicht zu eng. Guck mal, wie schön das aussieht. Ja, Wolfgang, ist viel zu eng. Ach, Natur setzt sich durch. Gut, das ist ein schöner Flieder. Und zwar hat der, guck mal hier, einen weißen Rand. Und den habe ich damals gekauft. Der hieß amerikanischer Flieder. Und der duftet. Und ich habe eine neue Schnupfen. Ja. Und das hier, das lüht auch so schön gerade. Ja, das ist Magnolie. Magnolie. Hier war so viel Platz, als wir das gepflanzt haben. Ja, ich habe dir gesagt, mach es nicht zu eng. Das wird zu eng. Nein. Was ist daran zu eng? Guck mal, wie schön das aussieht. Ja, nee, es ist viel zu eng. So, hier ist eine Rembler-Rose. Die ist seit fünf Jahren vor sich herrempelt und nicht so richtig wächst. Keine Ahnung warum. Eigentlich müsste die schon alles überwuchert haben. Aber bei uns offensichtlich nicht. Wolfgang, noch eine Woche, dann ist das hier alles weiß. Ja, dann blüht es. Ja. So, dann gucken wir mal da vorne. Hier war ja alles verwildert. Das hatte ich ja gezeigt. So, die alten Koniferen rausgerissen haben. Jetzt habe ich hier alles neu gemacht, schick gemacht. Da mit alten Ziegelsteinen so eine Mähkante gemacht. Hier vorne ist Rasen und da hinten kommt die Blumenmischung hin. Mit ganz viel bunten Blumen. Und da kommt blaue Blumeleiterrand. So, hier ist das, was ich hatte ja neulich gezeigt. Der Pfirsich. Nein, die Aprikose. Das ist dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Ne, also eine Aprikose. Das ist nicht dasselbe wie ein Pfirsich. So, hier ist ein alter Flug. Lässt du den jetzt hier stehen? Nein, der bleibt nicht hier stehen. So, hier ist das zweite Beet. Das war auch alles verwuchert und verwildert. Haben wir jetzt auch ein bisschen schick gemacht. Was ist da unten? Brennnessel. Ja, das weiß ich jetzt. Hast du jetzt hier schon was reingeruckt? Ja, da hat's da nicht rum. Ja, ach so, das haben wir nicht gemacht. Du könntest ja sagen, was muss man hier planen. Das wird noch gemacht. Hier muss ich erstmal, das muss ich mal reparieren. Das ist alles schon so ein bisschen zerbröselt. Das mache ich jetzt als nächstes Mal. Wird das repariert, neu hochgemauert. Wird hier verlängert, 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 bis hierher. Und hier kommt wie so eine gepflasterte Fläche hin. Auch mit alten Ziegelsteinen, dass man da eventuell in den Stall gehen kann. Kann man zwar nicht, aber man kann so tun, als ob. Das kommt auch schön da, die Hortensie. Ach Quatsch. Die Hortensie. Doch, das ist... Die Kletter... Das ist eine Kletterhortensie. Ja, eine Kletterhortensie. Da blüht ein bisschen was. Das soll noch ein bisschen schick gemacht werden. Und dann haben wir diese ganze Reihe mal neu. So, hier haben wir es auch gemacht. Das ist ein bisschen ordentlich mit einer Mähkante. Dass man hier mal ordentlich mähen kann. Das sah alles mal so verwuchert aus. Und so verwachsen und so verwildert. Das hat mir nicht gefallen. Jetzt sieht das ein bisschen ordentlich aus. Und in Bauaufsicht kann das schön bepflanzen. Ist schon. Was es schön gemacht hat. Ist schon alles drin. Alles drin. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was da kommt. Die Katzen buddeln ja gerne alles wieder aus. Der Hühnertick der Bauaufsicht ist ja bekannt. Überall stehen irgendwelche Hühner rum. Oder sitzen rum. Und hängen rum. Und stehen rum. Ich liebe Hühner. So, naja. Das war ein kurzer Gartenrundgang. Anfang April. Jetzt machen wir eine Kartoffeln rein. Und dann ist Feierabend für heute. Ja. Gut. Das reicht denn für heute erstmal. So, wir haben von Kartoffelmüller die Kartoffeln gekauft. Keine Werbung. Aber die hat eine gute Qualität. Da kaufen wir eigentlich jedes Jahr. Und das ist die rote Laura oder Lara. Oder so ähnlich heißt die. Das ist die, die uns am besten schmeckt. Deswegen nehmen wir die immer. Die kommt jetzt in der Erde. Aber so richtig rot ist die nicht. Danke. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das haben wir schön mit Erde auffüllen lassen, sodass das hier oben ganz schön ist. So, also unser Wein. Ich glaube, der ist hinüber. Den muss ich mal gucken. Da treibt nichts mehr aus. Na ja, ich habe ja neun gekauft. Da treibt nichts aus. Treibt hier was aus. Na doch, da eins, zwei. Oh doch, da kommen ein paar. Na ja, das ist ja schön. Hier war ja früher mal, ganz früher mal die Scheune. Da, so das ist hier noch die alte Scheunenrückwand. Und hier ist verbildertes Gelände. Drei Jahre lang habe ich das hier verbildern lassen. Jetzt werden wir hier mal wieder Grund reinbringen. Und dann kann man das auch wieder nutzen hier oben. Hier sitzt sich nämlich schön so. Gerade in den Abendstunden. Dann heizte ich diese Wand hier auf. Da habe ich den ganzen Tag die Sonne drauf scheint. Und dann ist es richtig schön zum Abend. So, also. Auf geht's. Erstmal werden wir hier Tabula Rasa machen. Und dann gucken wir mal. Bis zum nächsten 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 Mal. regarding这里. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das rauskriege. Jetzt werde ich das nochmal wachsen lassen und dann gucken wir mal, was hier noch an Gras überhaupt da ist. Dann werde ich das vertikotieren und nochmal ein neues Gras, neue Gras-Samen drauf machen. So, mein Wein hier, den werde ich noch machen. Da, ich habe ja noch zwei Pflanzen gekauft, die werde ich immer dazwischen sitzen. Und dann gucken wir mal, ob wir dieses Jahr viel Weintraum haben und Wein trinken können. Das ist eine Säcke, die ist schon 20 Jahre alt. Aber die sind so bequem, die Dinger, die sind zwar hässlich. Vielleicht mal aufarbeiten. Aber die sind so bequem. Ich weiß nicht, die hatten wir früher mal im Pool zu stehen. Aber jetzt gibt es nichts, was vergleichbar ist. Und das war ganz billig, weil wir irgendeinen Supermarkt beigekauft. So, gucken wir mal hier. Jetzt habe ich die Treppe nochmal freigelegt. Das war mir auch schon lange ein Dorn im Auge. Die war so zugewuchert. Das war schon eine schräge, keine Treppe mehr. Vielleicht noch ein bisschen Gras-Samen drauf gemacht. Und das wieder ein bisschen zuwächst. Und dann wieder schick aussieht in ein paar Wochen. So, ich zeige euch das mal von der Seite. Dann sieht man mal, dass das wieder ordentlich aussieht. So, jetzt werde ich hier noch diesen Rosenbogen, der beim letzten Sturm das Zeitliche gesegnet hat, mal austauschen. Ich habe schon einen gekauft aus Holz. Ich muss ihn mal zusammenbauen und dann werde ich den mal austauschen. So, Brombeeren, die werde ich dann mal schneiden bei der Gelegenheit. Und dann können wir hier am Hang weitermachen. Und vor allen Dingen maure ich endlich meine Säule hier. Da kommt die Säule hoch die Mauer, dann kommt dann Tore vor. Das will ich seitdem ich hier wohne, machen. Weil eigentlich immer mein Hänger drin steht in der Garage. Aber dies jetzt mache ich es. Ich habe es mir geschworen. Ich habe schon angefangen, da Steine hingelegt, um zu sehen, wie ich es mache. Und dann geht es los. Dann werde ich hier so eine Säule mauern nach oben. Dann werde ich oben nochmal irgendwie einen Balken als Sturz reinmachen. Nochmal bis hoch, also nochmal hier so ein bisschen hoch mauern. Dass wir auf die Höhe kommen. So, zack, zack. Und dann kommen da zwei Tore rein. Und dann sieht es ordentlich aus. Dann muss ich diese Krambude nicht mehr sehen. Ja, also, es geht weiter. Noch einiges zu tun. Nachdem ich den Garten hier drei Jahre lang wirklich vernachlässigt habe, werde ich wohl dieses Jahr hier ein bisschen mehr machen. Jetzt werde ich den Hank noch machen. Der muss auch mal neu bepflanzt werden, so mit Bodendeckern oder so. Und Blumen, das sah mal schön aus vor paar Jahren. Da hat man so einen Phlox, da war der ganze Hank mit Phlox belegt. Aber der ist so rausgewachsen. Der ist nicht mehr da. Na gut, also, jetzt wird es kalt und ungemütlich. Jetzt gehe ich rein. Reicht für Ritte. Ja, ihr Lieben, dann ging es natürlich noch dran, die Solaranlage von Anker aufzubauen. Das Balkonkraftwerk, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Das war ja so ein Video außer der Reihe. Und da ist eine Sache passiert, die Anker eigentlich nicht im Video haben wollte. Die ich euch aber unbedingt noch zeigen wollte. Und zwar geht es um Arbeitssicherheit. Diese schweren Solarplatten aufs Dach zu hieven, war nämlich gar nicht so einfach. Ich zeige euch das hier mal. Und die Lieblingsmama ist nämlich ihrer Rolle als Bauaufsicht auch mal ordentlich nachgekommen und hat aufgepasst, dass keinem was passiert. Jungs, da ist die Feuerschale mit dem Spitzenholz. Wenn ihr runterknallt und werdet aufgespießt... Ich glaube, das ist ein Rieseproblem, was wir dann haben. Ich kann noch runterfallen, so eine Solarplatte. Ja, aber offensichtlich ist dann doch was passiert, als der Lieblingsmama, nämlich zusammen mit Tobi, die zweite Solarplatte aufs Dach hieven wollte, mussten wir feststellen, dass da so ein Sicherheitshaken in der Leiter nicht drin war. Und ja, das hätte auch ganz böse enden können. Tobi, du bist der Größte! So, wie geht's denn? Musik Gut, den Rest vom Video habt ihr ja vielleicht gesehen, falls ihr es verpasst habt. Wie gesagt, das war so ein Video außer der Reihe, das jetzt am Montag erschienen ist. Ich habe es euch nochmal unten mit verlinkt. Könnt ihr gucken, falls ihr euch für Balkonkraftwerke interessiert, ist das vielleicht mal ganz spannend zu schauen, was wir denn da jetzt auf dem Dach haben. Und ja, dann wollte ich nochmal ein bisschen was sagen zum Thema Werbung. Weil es waren ja jetzt zwei Werbevideos außerhalb unseres normalen Rhythmus. Einmal Temu und einmal Anker. Und so ein bisschen so eine Diskussion ist dadurch losgetreten worden. Da will ich jetzt gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also Temu ist ja sehr umstritten. Das ist uns auch absolut klar gewesen, als wir zugesagt haben, dass wir eine Kooperation mit denen machen wollen. Weil wir nämlich ganz gerne unsere Meinung sagen. Und wir haben einfach keine schlechte Meinung von Temu. Wir bestellen da häufiger und ja, das habt ihr ja auch in den Bauvlogs schon öfter mal gesehen, dass wir sagen, ja, die Sachen sind von Temu. Von daher hatten wir da gar kein Problem mit. Kann natürlich jeder selber entscheiden, ob er so einen Konzern unterstützen möchte. Das bleibt euch selbst überlassen. Aber wie gesagt, wir, das ist unsere Meinung und ja, die sagen wir dann halt. Und ob da jetzt unbedingt jeder mit d'accord geht, das ist dann erstmal zweitrangig, würde ich sagen. Auf jeden Fall trotzdem vielen Dank für alle eure Kommentare, positive wie negative oder kritische. Es hilft auf jeden Fall immer weiter. Und es ist natürlich auch toll, wenn man mal so einen Austausch hat und einfach mal so ein bisschen diskutieren kann, ja. So Argumente vorbringen kann und ja, sich einfach mal ein bisschen austauschen kann zu dem Thema. Und dann war es natürlich ein bisschen, ich sag mal unglücklich, dass direkt die Woche da drauf auch wieder außer der Reihe noch ein Werbevideo kam. Normalerweise machen wir das natürlich nicht so, dass so häufig hintereinander da jetzt irgendwie Werbung kommt oder so. Das war jetzt auch nicht unbedingt so geplant. Es soll auch nicht so weitergehen, ja, dass wir jetzt hier jede Woche Werbung machen. Das ist auf jeden Fall nicht geplant. Aber manchmal ist es halt so, da sagt man Kooperationen zu und dann überschneiden sich irgendwelche Termine oder es passieren einfach Sachen, die vorher nicht so eingeplant waren. Und dann ist das halt so, ja. Man muss ja auch irgendwie dann Abmachungen einhalten. Deshalb gab es jetzt zwei hintereinander. Wir wollen trotzdem nicht diesen Kanal in einen Werbekanal machen. Deshalb haben wir auch gesagt, wir machen, wenn wir Werbevideos machen, die grundsätzlich außerhalb unserer normalen Vlogs, also praktisch sozusagen für den, den es interessiert, als Goodie noch mit dazu. Und an dieser Stelle, obwohl auch einige gesagt haben, ja, das wird mir jetzt zu viel, ich verlasse den Kanal und so. Alles gut und schön. Interessant ist, dass das meistens Leute sind, von denen man vorher noch nie irgendwas gelesen hat. Also von daher ist immer relativ. Aber was natürlich viel wichtiger ist, ist das riesengroße Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, die uns schon so lange abonniert haben. Oder auch, selbst wenn ihr erst vor kurzem dazugekommen seid, eure Abos, eure Kommentare und eure Likes, die helfen uns natürlich unfassbar, solche Kooperationen auch mal zu bekommen. Das ist natürlich richtig cool, weil zum Beispiel mit Anka, mit der Solaranlage, konnte ich auch dem Papa mal Dankeschön sagen für all seine fleißige Arbeit hier auf dem Kanal. Ja, dass er überall die Kamera mit hinstellt und das alles filmt und sich so, sag ich mal, im Internet präsentiert. Es ist ja so, dass wir den Kanal natürlich mehr oder weniger hobbymäßig betreiben, weil ich glaube, wenn man das mal so runterrechnet, wie viele Stunden da so involviert sind in einem so ein Video. Und was dann am Ende finanziell bei rauskommt, das kann man nur machen, wenn man mit Herzblut bei der Sache ist. Sonst lohnt sich das einfach nicht. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen von euch. Ich habe mir so eine kleine Aufstellung gemacht, wie lange dieses Video, was ihr jetzt gerade gesehen habt, so gedauert hat. Und wir sind da locker, ich habe jetzt noch nicht alles zusammengerechnet, aber locker bei 8 bis 10 Stunden, die alleine in den Schnitt reingehen. Schnitt und Bearbeitung der Tonspuren, der Videospuren und so weiter und so fort. Und das ist halt nur die Arbeit, die dann am Computer passiert. Das ist nicht die Arbeit, die wir eigentlich ja sowieso machen würden. Aber jeder, der einen YouTube-Kanal hat, der weiß das. Wenn man Sachen filmt, die man eigentlich sowieso machen würde, dauert es einfach immer gefühlt doppelt so lange, wenn man eine Kamera hinstellt. Weil man dann gucken muss, sieht man alles, ja. Man arbeitet auch ganz anders, sodass man jetzt, also das lässt sich nicht immer vermeiden, aber dass man zum Beispiel nicht nur den Rücken der Person sieht, wenn man irgendwas macht. Ja, man stellt die Kamera immer mal um zwischendurch. Manchmal vergisst man auch zu filmen. Man hat ja auch nicht immer Lust irgendwie vor der Kamera sich zum Affen zu machen zum Beispiel. Also es steckt eine ganze Menge Arbeit in so einer halben Stunde Video, die ihr hier seht. Und von daher ist es natürlich für uns auch immer toll, wenn wir mal einen Werbepartner haben oder auch mal jemanden, der sagt, ich sponsere euch mal ein Video. Packt mal eine Minute Werbung mit in euer normales Video mit rein. Das ist natürlich toll, weil, ja, es ist nicht so, dass uns die Motivation fehlt, wenn wir das nicht bekommen. Aber es hilft natürlich, ne. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für alle, die wirklich solche Werbevideos dann auch mal akzeptieren und sich sogar für uns freuen, dass wir solche Möglichkeiten zu einer Kooperation bekommen. Das haben wir, das wissen wir auch, das haben wir euch zu verdanken. Auf jeden Fall, wenn wir eure Abos und eure, ja, euer Engagement und die ganzen Kommentare und Likes und so weiter nicht hätten, dann würde auch keine Firma, ob jetzt Anker oder Temu oder sonst irgendjemand zu uns kommen und uns fragen, ob wir eine Zusammenarbeit machen wollen. Also, vielen lieben Dank an euch für eure Unterstützung, für eure, ja, einfach, dass ihr uns das gönnt und da auch ein bisschen Spaß dran habt. Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen, ja, mehr Sinn in Werbung zu bringen. Zum Beispiel bei dem Temu-Video, selbst wenn man die Sachen jetzt nicht bei Temu kauft, kann man ja trotzdem mal gucken, wie bestimmte Sachen gebaut werden zum Beispiel. Wenn man jetzt Schränke baut und so, das haben wir ja auch gezeigt, da kann man sich ja Ideen und Inspirationen holen, unabhängig davon, ob man jetzt bei dem Werbepartner kauft oder nicht. Und auch das Thema Solaranlagen, weiß ich, ist für viele ein Thema und von daher herzlichen Dank für eure Unterstützung. So, das war es jetzt aber erstmal für heute. Genug gelabert. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wie immer für den tollen Live-Chat, den wir garantiert wieder hatten. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich nicht vergessen, ja, Abo dalassen, wenn euch das gefällt. Gerne auch ein Like fürs Video und natürlich freuen wir uns wie immer über eure Kommentare. Und dann wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und eine tolle Woche. Und wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Bauvlog. Bis dann, tschüss!